Ja, ich glaube, da hilft nur, leger zu gehen, weil sonst würde man das nicht aufhalten und ich würde jedem Mann heute auch sozusagen Marscherleichterung zugestehen. Einen guten Film macht Spannung aus, tolle Bilder, natürlich auch Schauspieler und eine packende Geschichte, die von Drehbuchautoren hervorragend präsentiert wird und natürlich alles, was dahinter und vor der Kamera brilliert.